Und natürlich spielt der Klimawandel auch eine Rolle in der Frage, wie der Weinberg der Zukunft aussehen, welche Sorgen jetzt geplatzt werden, die dann auch im Jahr den Wetter standhalten können. Also wir sind schon seit 20 Jahren am Tag nach entsprechenden Ressorten, die eben bei uns bestätigen Klimawandel kommen und bei diesen Namen, die so lange Zeit, die dann ausbaut und gleich natürlich, also wir können schon sehr schnell sich in die Bedingung. Nach dem Jahr, es kommt an den nächsten Wochenende, der Hauptsache, der Bedingung, der Müller-Türkaufschluss, mit dem Oktober, der unbefällt, unter der ekeitsgröße Weinberg, sprich zu probieren, den Jahrgang 2022 dann ab dem nächsten Frühjahr.